Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Sandra, eure Ernährungstante aus Lüneburg. Ich freue mich heute mit euch die Folge Nummer 11 zum Thema Zucker und Co. Ja, ein bisschen durchzugehen, inwiefern Zucker jetzt wirklich ganz schrecklich ist oder doch verwendet werden kann, beziehungsweise die Vor- und Hintergründe einfach mal zu dem ganz banalen Thema Zucker. Was verstehen wir unter Zucker? Zucker an sich bedeutet für die meisten Würfelzucker oder weißer Zucker, den wir irgendwo in Lebensmitteln reinmachen und der natürlich in Lebensmitteln enthalten ist, wie Kekse, Kuchen, Schokolade. Er wird natürlich, da ich Köchin bin, auch verwendet, um Speisen zu verfeinern. Häufig ist er in Fertigprodukten drin, um den Geschmack zu liefern, würden wir im ersten Moment denken, aber er ist natürlich auch ganz häufig in Fertigprodukten für die Haltbarkeit. Das heißt, ein Produkt ist nicht per se schlecht, nur weil es einen zu hohen Anteil an Zucker enthält, sondern häufig ist es so, dass auch der Hintergrund der Haltbarkeit für das Produkt besteht, wenn ich einen höheren Anteil an Zucker, das geht übrigens für Salz auch, aber einen höheren Anteil an Zucker im Lebensmittel habe, weil es dadurch haltbar gemacht wird. Ganz banale Geschichte, jede Marmelade, die ich im Handel kaufe, wird in der Regel, wenn sie keinen Ersatzzucker enthält, mit Haushaltszucker haltbar gemacht, damit eben die Bakterien abgetötet werden, als auch nicht so schnell wachsen können. Also es gibt immer bestimmte Gründe, warum wir Zucker verwenden und auch eine bestimmte Menge an Zucker im Alltag verwenden dürfen. Warum gibt es diese Diskussion um den Zucker? Ich selber verstehe sie nicht ganz, da ich Köchin bin und auch klassischen Zucker, auch braunen Zucker oder weißen Zucker zur Verwendung von Speisen nutzen muss, sonst schmecken sie ja nicht. Wenn ich Grundnahrungsmittel verwende, habe ich natürlich immer einen Anteil an Zucker, den ich den Speisen zufügen muss, damit sie überhaupt eine Geschmacksrichtung bekommen. Und häufig ist es so, dass auch natürlicher Zucker wie Milchzucker zum Beispiel, also die sogenannte Laktose kennen einige von euch sicherlich, die habe ich natürlich in Milchprodukten wie Milch oder Joghurt schon automatisch enthalten. Das heißt, Zucker per se finde ich, um schon mal eine zarte Antwort darauf zu geben, nicht per se schlecht, sondern am Ende ist immer die Menge entscheidend und wie viel ich über den Tag verteilt verwende. Wenn ich jetzt Speisen selber mit Grundnahrungsmitteln, wie sie im Ernährungsmaß enthalten sind, verwende und auch die richtigen Portionsmengen, dann gibt es die Möglichkeit, zwischen vier und fünf Stücke Würfelzucker pro Tag auch für die Zubereitung von Speisen zu verwenden. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist so viel, das sind in der Regel zehn Gramm Kohlenhydrate, das wäre auch ungefähr ein Esslöffel voll, also ein gehäufter Esslöffel. Das heißt, wenn ich mal ein bisschen Zucker in den Kaffee oder ein bisschen Zucker verwende, um meine Speisen herzustellen, ist das kein großes Problem. Allerdings würde diese Menge immer nur verwendet werden können, wenn ich Grundnahrungsmittel habe, also Naturprodukte verwende, Milch zum Beispiel oder Joghurt, und wenn ich Joghurt mit Obst mische oder Milch mit einem Basismüsli, also Haferflocken mische und mir das aber vielleicht mit einem Obst dazu nicht ganz süß genug ist, dann habe ich die Möglichkeit, auch ein bisschen von diesem Zucker zu verwenden. Zucker an sich ist übrigens wichtig, weil das Gehirn in der Regel 99 Prozent Zucker benötigt. Das Gehirn ist ja zuständig im Körper für die Organfunktion und dafür benötigt das Gehirn im ersten Schritt immer Glucose. Diese Glucose zieht es für euch zum Verständnis, als Blutzucker aus der Blutbahn gelangt es zum Gehirn. Und um diesen Zucker ausreichend für das Gehirn zur Verfügung stellen zu können, ist es natürlich notwendig, dass der Körper auch Zucker in die Blutbahn schleust, was klassisch durch Haushaltszucker oder Produkte wie, wir vorhin hatten die Milchprodukte wie Joghurt oder Milch, die Milchzucker enthalten, wenn dieser Milchzucker gespalten wird, landet auch Zucker in der Blutbahn. Bei Obst ist es so, dass der Fruchtzucker umgewandelt wird nachher zu Glucose, das heißt die Fruktose wird zu Glucose umgewandelt und steht dann auch in der Blutbahn zur Verfügung. Wenn ich Getreideprodukte habe oder Brotbrötchen, Kartoffel, Reis, Nudeln, dann habe ich Stärke und die Stärke wird übrigens am Ende auch immer zu Zucker. Das heißt, die Grundeinheit des Blutzuckers ist die Glucose und die brauchen wir, deswegen habe ich so einen kleinen Umweg gemacht, die brauche ich, damit das Gehirn einfach ihre Organfunktion aufnehmen kann. Das Gehirn ist ja am Ende 24 Stunden, solange wir leben, tätig und auch wenn wir schlafen, muss es ja die Organfunktion aufrechterhalten und dafür braucht es eben Zucker. Das heißt, 99 Prozent an Zucker ist wichtig für das Gehirn. Das soll uns jetzt nicht den Freifahrtschein geben, dann hauen wir mal weg, was hier geht. Schokolade, Kekse, Kuchen, wir müssen die Energie natürlich nicht nur dem Gehirn zur Verfügung stellen, möglichst natürlich auch in gesunder Form, sondern wir müssen die Energie natürlich auch verarbeiten über die Muskulatur. Wenn das nicht stattfindet und ich esse zu viel, was lecker ist, dann haben wir das klassische Körperfett. Also, was ich aber sagen will, ist, dass per se Zucker nicht schlecht ist, sondern das Gehirn eben einen Anteil an Zucker braucht. Wenn ihr übrigens länger nichts gegessen habt, dann kann es auch sein, dass ein schnellerer Appetit oder viele sagen auch immer Heißhunger auf Süßes besteht, um den Blutzucker, der vorher runtergegangen ist, wieder zu erhöhen und in dem Kontext natürlich zu sehen, dass ich schnell was esse, damit der Blutzucker auch schnell wieder ansteigt. Das sind sozusagen Gehirnfunktionen, die überprüfen, wie der Blutzuckerverlauf in der Blutbahn ist und geht der Blutzucker runter, weil Energie verbraucht wird und nicht genügend nachkommt oder nicht ausreichend nachkommt, dann kann es sein, wenn ich niedrige Blutzuckerwerte habe, dass ich Heißhunger bekomme. Das heißt, dann will ich natürlich auch schnell verfügbaren Zucker verzehren, damit der Blutzucker einfach auch schnell ansteigt. Also, es gibt übrigens immer einen Grund, weshalb wir eben auch Appetit oder Hunger oder eben Heißhunger auf Süßigkeiten, die Zucker enthalten, natürlich auch haben. Kann ich den Heißhunger auf Zucker wegmachen oder auch beeinflussen? Ja, kann man, indem man rechtzeitig Mahlzeiten einbaut, Zwischenmahlzeiten gegebenenfalls einbaut, bevor ich sozusagen in die Heißhungerattacke rutsche. Das heißt, wenn ich mir gesunde Zwischenmahlzeiten, Brot mit Belag zum Beispiel, Milchprodukt, also Joghurt mit Obst oder Quark mit Obst einbaue, kann ich den Blutzucker leicht erhöhen und komme gar nicht erst in diese Unterzuckerungsstrukturen. Welche Zuckerersatzstoffe oder häufig ist auch die Frage, kann ich lieber Honig verwenden als Ersatz für den Zucker? Honig ist auch ein Zweifachzucker, der am Ende auch zu Glucose wird. Es ist halt ein natürliches Produkt. In diesem Fall geht es eher nach der Entscheidung, dass der Honig ja so produziert wird, wie er wird. Der klassische Zucker ist ja in der Regel aus der Zuckerrübe oder aus dem Zuckerrohr, das heißt am Ende auch pflanzlichen Ursprungs, wird aber eben ein bisschen verarbeitet, damit er die Konsistenz von diesem pulvrigen Zucker hat oder eben gepresst sozusagen, dass ich die Würfelzucker habe. Es gibt dann noch, da muss man immer ein bisschen aufpassen, die Bezeichnung zuckerfrei. Zuckerfrei bedeutet nur, dass kein Haushaltszucker enthalten ist, so ist das Lebensmittelgesetz. Ihr könnt aber jede Art von Zucker, also verarbeiteten Zucker wie brauner Zucker, der einfach nur karamellisiert ist, oder Zucker-Sirup, der wird häufig dann mit Fruktose, Glucose, Sirup bezeichnet, beziehungsweise Fruchtzucker oder Traubenzuckersirup. Manche lesen auch was von Milchzucker, Invertzucker, Laktosezucker. Es gibt bei Zuckerfrei auch die Möglichkeit, Direktsaft-Sirup, also Fruchtsaft-Sirup verwendet zu haben, also dass die Industrie oder bei dem zuckerfreien Produkt sowas drin ist. Das bedeutet an der Stelle, dass es nicht zuckerfrei ist, sondern am Ende wird daraus überall auch die klassische Glucose, die dann auch in der Blutbahn landet. Bei Milchzucker ist es manchmal so, dass ja ein Eiweißanteil drin ist und der Blutzuckerverlauf in Milchprodukten etwas langsamer ist, das weiß man heute, aber am Ende entsteht auch Glucose aus dem Milchzucker. Und dann gibt es noch das Maltodextrin, was sozusagen eine Zuckerart ist, die aus Stärke hergestellt wird und auch häufig zu lesen ist. Das heißt, zuckerfrei ist nicht immer zuckerfrei. Eventuell ist es, dass eben kein heller Zucker, also kein weißer Streuzucker in dem Lebensmittel ist. Also, jetzt hoffe ich, habe ich euch einen kleinen Einblick in Zuckerfrei und Zucker und Co. geben können. Macht euch eure eigene Meinung. Schaut einfach, was ihr machen möchtet, wie viel ihr verwendet oder ob ihr, es gibt ja auch noch die Süßstoffe, diese nutzen wollt. Bei den Süßstoffen ist es noch so, die habe ich fast vergessen, gehören ja ein bisschen als Ersatz und Co. da mit rein. Bei den Süßstoffen ist es so, dass die in der Regel keine Blutzuckererhöhung machen. Es gibt aber Studien darüber, dass die Heißhungerattacken bei einigen Menschen zu Heißhungerattacken führen. Von daher muss man persönlich gucken, ob man es mag oder ob man es nicht mag. So, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für euer Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen, tollen Tag heute noch und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, eure Sandra. Tschüss.